Der Schwerthans hier in Böckstein wird, wie Sie vielleicht schon alle wissen, nur einmal im Jahr. Und egal bei welchem Wetter, das war es heute ganz besonders und immer... ...ner ersten Sonntag im September hier in der historischen Montansiedlung von Alf Böckstein aufgeführt. Jetzt bin ich da rauf gestehen. Oder was ein Klirr war, ich war unten geblieben. Euch sehe ich da gern, meine werten Frauen und Herren, dem Schwerthans zu ehren. Ich stehe herum auf diesem Schwerthans Stolz. Schau aus, wie es zuere Menschen holt. Bin ich zu schwer, bin ich zu kring. Ich spring mit Ohren in euch an Ring und schaut mal jeder zu seiner Kling, meine werten Herren. Applaus 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 Applaus